Reingeschaut! Hallo Freunde der guten Film- und Serienunterhaltung. Dieses Jahr hat Amazon eines ihrer größten Eigenprojekte verwirklicht und hat das Original HANA auf die Bildschirme gebracht. Darüber möchte ich heute reden. Ich habe mir alle acht Folgen angeguckt, genau wie mein Gast heute Nils. Du hast sie auch alle angeguckt. Ja. Und darüber werden wir heute sprechen. Mal ganz kurz zu den Basics. Ist am 29. März 2019 rausgekommen HANA. Es gab auch so eine kleine Preview, habe ich gesehen. Und zwar nach dem Superbowl, wurde die erste Folge für eine begrenzte Zeit auf Amazon gestellt. Und so als Teaser kann man sich das angucken. Acht Folgen hat das Ding insgesamt. Ja, 45 bis 55 Minuten. Genau, fangen wir mal an. Und ganz kurz bevor euch das anhört. Wenn ihr die Serie noch nicht geschaut habt und das unbedingt machen wollt, dann macht das jetzt und kommt dann sofort wieder hin zurück, weil dieser Podcast wird wahrscheinlich einige Spoiler zu Serie HANA enthalten. Deswegen noch nicht geguckt. Dann sofort jetzt angucken am Stück. Bräuchte man ungefähr sieben Stunden für und wieder hinkommen. Das ist dann euer Auftrag fürs Wochenende. Fangen wir mal an nach der ersten Folge. Die spielt ja in diesem Wald. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ja, doch. Wie war so dein Eindruck danach, nach der ersten Folge? Es war seltsam zu sehen, wie Leute da auf einmal im Wald leben. Ihr Ziehvater, Erik, trainiert sie zu einem Killer. Die ist ja top vorbereitet auf alles Mögliche, um sich auch in allen Ländern zurechtzufinden. Ja, da habe ich mich auch gefragt, weil sie lernt ja auch so Städte und so Hauptstädte und wie viele Einwohner und bla bla bla. So warum? Wenn sie sich doch mit ihrem Vater im Wald versteckt, warum muss sie das wissen? Ja, ich denke mal, um sich auf die Zukunft vorzubereiten, falls sie dann mal, wie es dann noch später kommt, aus dem Wald hinaus zu bewegen. Ja, klar, aber er muss ja dann im Hinterkopf gehabt haben, irgendwann führe ich meine Tochter zurück in die Zivilisation. Meinst du, er hatte den Plan? Oder er hat das einfach nur mal gelernt, falls irgendwann stirbt er ja und dann muss Hannah vielleicht eh raus aus dem Wald? Ich denke schon. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wenn man die Zivilisation gewohnt ist, möchte man ja auch nicht sein ganzes restliches Leben irgendwo fernab von allem Möglichen Leben. Man will ja auch irgendwann wieder zurück und er wollte ja auch Rache an der Mörderin seiner Geliebten nehmen. Das stimmt. Vielleicht hat er ja auch dafür Hannah ausgebildet, dass sie die Rache nimmt. Also da finde ich lieber die Serie nicht allzu viel Background wissen. Ja, leider. Was er vorhat. Aber ich fand die Szene eigentlich ziemlich gut, um so ein bisschen die Atmosphäre, sage ich mal, zu bekommen. Wurde, glaube ich, in Polen gedreht oder spielte er in Polen? Ja, an der Grenze zu Tschechien, meine ich. Genau, und war auch grau. Ich habe es zwar mal nachgelesen, der Wald war halt irgendwie einer der größten Europas oder so. Also, denke ich, gelesen zu haben. Nämlich keine Garantie für. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, wie die so lange in diesem Wald überlebt haben. Weil ich meine, okay, Hannah geht jagen, aber... Ich denke mal, im Sommer haben sie sich auch größtenteils von Bären, also Brombeeren vielleicht, ernährt. Sehr viel Fleisch, sehr viel Wild. Ja. Vielleicht machen sie es ja auch so, wie man das in irgendwelchen Filmen sieht, dass man sich von Rinde ernährt. Scheiße, was? Keine Ahnung. Was hast du das denn gesehen? Frag ich nicht. Galileo bestimmt. Keine Ahnung. Dumbo Schreiner trägt heute Rinde. Und dann fand ich auch eine spannende Szene. Ich weiß nicht, ob das in der ersten oder zweiten Folge war. Hannah geht aus dem Wald raus und trifft diesen Holzfelder-Jungen. Ja. Und bekommt da einen Schokoriegel. Darf man die Marke nennen? Ich glaube nicht. Also ich wusste nicht, ob die das durften. Oder, naja, auf jeden Fall fand ich die Szene ziemlich interessant, weil sie kennt ja nur ihren Vater. Und dann trifft die auf so einen anderen Menschen. Das fand ich krass und hätte mir vielleicht dann gewünscht, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch für eingebracht hatte. Ja. Für diese Begegnung. Ich finde, es war ja dann in der zweiten Folge auch schon, wo sie dann mehr Zeit mit diesem Jungen verbringt. Ja, das war ziemlich schnell, fand ich. Da habe ich mich auch gefragt. Klar, es ist bestimmt interessant, wenn man dann auf jemand Neues trifft, aber dann plötzlich so eng beieinander, wenn man niemand anderen kennt, außer seinen Vater. Ja, stimmt. Man müsste ja total verstört sein, dass man andere Menschen... Was ist das? Ja, das, da fand ich, wurde so ein bisschen aufs Gas dann gedrückt, also da mal schnell zur Handlung kommt. Kann man auch irgendwo verstehen. Klar, das ist nicht Schärfung der Serie, aber ich fand es spannend. Und dann kommt es ja, dass dadurch, dass sie mit dem Jungen da zu tun hat und dann, glaube ich, auf so einen Satellit oder so draufklettert, dass natürlich die Polizei kommt und jemand erkennt sie. Oder leitet das irgendwo hin weiter und dann wird ja Marissa Wiegler, sage ich mal, eine der Hauptfiguren, aktiv und möchte Hannah finden. Wahrscheinlich, um sie zu eliminieren. Oder Johannes, nicht Johannes, wie heißt der, der Vater? Erik. Erik Keller, ähm, zu eliminieren. Und, sag ich mal, dann beginnt ja alles. Und ich habe mich auch gefragt, es beginnt dann ja auch so eine Flucht, beide fliehen ja getrennt durch Europa irgendwie. Ähm, sie startet ja in Marokko, in dieser Militärbasis. Ja, sie wird nach Marokko geflogen. Ja. Und kommt dann über Umwege mit der Familie, auf die sie trifft. Ja. Und dann über Spanien nach Frankreich und von dort aus nach Berlin. Ja. Und Erik nimmt, meine ich, den Weg über Osteuropa dann durch die Ostsee. Ja, der schwimmt, es gibt so eine Szene, wo er durch so einen Fluss schwimmt, wo er sich irgendwie mit so Fett kauft und sich einreibt. Ja. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein Fluss war oder ob er nicht sogar wirklich durch die Ostsee geschwommen ist, von der polnischen Grenze zur deutschen Seite. Durch die Ostsee, wie lange ist das denn? Ich weiß es nicht. Ist es machbar? Also er ist ja wahrscheinlich sportlich. Ja, er ist ja durchtrainiert, er ist auf sowas wahrscheinlich auch vorbereitet als ehemaliger Agent. Ach ja, das war... Und da, gibt es da die Szene, wo er dann am anderen Ufer ankommt und zwei Polizisten tötet? Das wird ja nicht gezeigt, aber Marissa Wegler trifft ja auf, diese beiden toten Polizisten. Und da, das ist eigentlich nur so eine Nebenszene, ne? Ja. Da ist der Punkt, wo ich mir gedacht habe, was ist Erik Heller für ein Mensch, der möchte unbedingt das Leben seiner Tochter retten, kann man verstehen, aber tötet dafür zwei unschuldige Leben. Und das ja nicht nur in dieser einen Szene, das geht ja durch die ganze Serie. Ja, wo die da in Deutschland auf jeden Fall dieses Waffenlager da ausrauben, überfahren, also ich weiß nicht, ob die töten, aber rammen die auch so ein Polizeiauto und so. Und da ist der Punkt so, wie weit kann man da noch Erik Heller so als Guten sehen, weißt du? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und da dachte ich, ist eigentlich moralisch verwerflich, was er macht. Er will diese U-Tracks-Einrichtung da zerstören, weil er Kinder zu Kampfbestien da herangezogen werden. Aber natürlich einfach so aus dem Nichts Polizisten so. Und da ist Midi-Figur ziemlich unsympathisch geworden. Wegen dir? So fand ich das auch. Also, es war seltsam, dass er auf einmal ganz viele Leute umgebracht hat, auch Passanten, meine ich. Wo meinst du das jetzt? Oder dass er die zumindest gefährdet. Ja. Als die in Berlin war das, glaube ich. Genau. Wo er da in dieses Hotel geht. Das stimmt. Das war... Er ist ja auch bereit, jede Person zu erschießen, die ihm in die Quere kommt. Ja. Also da ist bei mir die Stimmung so ein bisschen gekippt. Was ich aber... Also Erik Keller fand ich ziemlich unsympathisch, die Figur. Aber sehr sympathisch fand ich diese Familie, auf die Hanna dann in Marokko trifft. Ja. Und ich fand auch so krass, weil in der ersten Folge war es noch ziemlich düster, weil da war alles in dem Wald und Hanna hat kaum geredet und so. Und dann ging die erste Folge, glaube ich, los. Also ich hatte wie am Stück, glaube ich, geguckt. Ich hatte da nur dieses... Bei Amazon gibt es dieses 3, 2, 1 und jetzt startet das. Und die erste Folge endete richtig düster und die zweite fiel einfach mit so einem Snapchat-Filter an. Mit diesem Wunderfilter. Ich dachte immer so, das war ein guter Übergang. Ja. Man sieht auch, wenn Hanna mit der Familie unterwegs ist, dann ist die Stimmung allgemein, also auch von Bild her, ist einiges heller. Das stimmt. Es wird schöner dargestellt. Ja. Die Atmosphäre wird sehr viel positiver dargestellt. Das stimmt. Wenn die mit diesem VW-Bus da durch die Landschaften fahren. Genau, der alte Bulli, den fand ich ja super. Ja. Das stimmt. Und dann auch ist immer so eine ziemlich lockere Musik. Die Musik fand ich übrigens mal nebenbei gesagt auch ziemlich geil in der Serie. Ja. Also die Musik haben die gut getroffen. Mir fällt es selten auf, wenn Musik gut ist, aber bei Hanna dachte ich, ey, das ist ja nice einfach. Einige Songs kannte man auch. Ja, ich kannte einen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber der war jetzt auch in der Werbung. Irgendwie von, ach, keine Ahnung. Ich hab den auch auf dem Handy, ich weiß ja manchmal. Keber? Ich weiß es nicht. Können wir gleich mal nachgucken. Das stimmt. Da wurde, die Familie war so ein bisschen der Kontrast zu Hanna. Hanna führte ja ein total seltsames Leben. Sehr eigen, sehr auf sich bezogen und natürlich auch auf ihren Vater, sehr aufs Training. Sehr darauf bezogen, sich wehren zu können. Und dann trifft sie auf Sophie. Ja, ist sie. Sophie. Und Sophie war natürlich das komplette Gegenteil. Sie war sehr extrovertiert, sehr auf, sie wollte auf Partys gehen, sie wollte mit Jungs rumknutschen. Das kannte Hanna ja gar nicht. Ja, vielleicht ist da auch der Unterschied, Hanna sehnt sich ja nach so einem ganz normalen Leben wahrscheinlich. Und Sophie sehnt sich so ein bisschen nach so diesem anderen Leben. Ausbrechen, genau. Und sie sehnt sich für mich so gegenseitig so. Nach diesem freien Leben, was Jörg Hanna führt. Genau, genau. Ey, das ist, äh, jetzt wurde das, das ist halt echt so. Und als die, äh, sie wohnt ja in England, Sophie. Ja, in London meine ich, kann das sein? Das weiß ich nicht. Ähm, in England auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, als sie ja diesen Bus klauen von dem Vater und wegfahren, so von ihren Eltern. Das ist ja, also das war ja Sophies Idee und es ist ja das, was Hanna zwangsweise macht, also von ihrem Vater getrennt sein. Ja. Und da finde ich, sagen wir auch nochmal diese, dass beide das Leben des Anderen förmlich irgendwie begehren oder wollen. Und das fand ich, war aber ziemlich clever gemacht. Es war ein schöner Kontrast. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, es war auch sehr sympathisch, wie die zwei sich in der Büste da getroffen haben. Hanna in dieser Militär, in dieser Militäruniform da, so, die hätte da Jahre überleben können. Und dann kommt Sophie einfach so mit Flipflops da lang gelaufen und mit ihrem Handy und versucht irgendwie, ihre Eltern anzurufen. Sehr, völlig verloren. Und Hanna, alles easy, voll vorbereitet. Sie, sie kommt mit der Situation komplett zurecht. Das stimmt. Und Sophie völlig überfordert, total alleine verzweifelt. Ja, und dann, äh, reist sie ja mit der Familie dann. Ähm, fand ich auch ziemlich cool. Das fand ich, da gibt's eine Sache, da sind die ja in der Disco dann und da wird gezeigt, wie Hanna tanzt und so. Die Szenen gab's, die gab's dann später fast nochmal genau so auf dieser Party in England. Die fand ich dann so ein bisschen langweilig. Teilweise gingen die über zehn Minuten, wo man nur Musik gehört hat und irgendwelche Leute tanzen sehen. Aber ich fand es trotzdem interessant zu sehen, wie sie dann, äh, aus diesem Leben vom Wald, dann dieses Nachtleben in einer Großstadt gerät. Wie die ausbricht ein bisschen. Genau, wie sie auch selber aus sich rauskommt. Sie steht ja da, äh, umzingelt von den Leuten, die tanzen, auf dieser Tanzfläche, das, äh, Flackerlicht. Ja. Sie steht da erst total verloren und auf einmal fängt sie an zu tanzen. So völlig frei, wild, ihre Haare fliegen durch die Gegend. Ja. So, als ob sie das Gefühl hätte, frei zu sein und wirklich aus sich rauszukommen. Das hab ich gar nicht so getrachtet. Nicht mal mehr gefangen in dem Wald, wo sie war. Ja, und es gibt auch eine Szene, da, wo sie im Auto warten soll, während die anderen das Waffenlager in Berlin überfallen. Dann macht sie auch Musik an so und fängt an zu tanzen. Wahrscheinlich, weil sie im Moment auch so ganz kurz so aus diesem, aus ihrer Flucht und aus ihrem Alltag so ausbrechen will. Stimmt, das hab ich gar nicht so beobachtet. Die Szene, die du gerade angesprochen hast, wo sie das Militärlager überfallen. Ja. Ich fand es sehr seltsam, wie Hannah, die nie irgendein motorisiertes, wie nennt er sich, irgendwie einmal ein motorisiertes Gefährt mal zu sich Gesicht bekommen hat, dass sie auf einmal Auto fahren kann. Ja, und so gut auch. Ja. Da ist mit Schalten und so. Vor allem auch mit Schaltgetriebe. Da hab ich aber ein paar Fahrstunden dafür gebraucht, um so zu fahren wie Hannah. Und auch später, wo die zu U-Tracks fahren und dann hatten wir auch immer so ein Stück Pferd, so hey, muss ich hinlegen, Vater, ich fahr mal hier. Vor allem auch mit Schaltgetriebe. Wäre es Automatik gewesen, hätte ich vielleicht noch sagen können, okay, vielleicht, könnte man eventuell sagen. Also vielleicht von der Theorie hat das, ihr Vater ja vielleicht im Wald beigebracht. Ja. Wahrscheinlich sogar. Aber das war es. Da war ja kein Auto. Ja, aber so von der Theorie her, vielleicht ja so nachgebaut mit Stecken, so. Nein, das kann ich mir vorstellen. Aber, dass man so gut fährt, ist es schon nicht. Und vielleicht hat sie ein bisschen beobachtet bei Sophies Eltern. Aber bei diesem Computerspiel, was der Junge da an seinem Tablet macht, das Tablet-Spiel. Hättest du besser Auto fahren können, wenn du deinen Eltern beim Autofahren jedes Mal zugeguckt hättest, wie sie geschaltet haben? Nee. Siehst du? Also, nee. Aber es wäre, ja, doch vielleicht ein bisschen. Glaube ich nicht. Denn Hannah ist ja ein bisschen hochbegabter als wir zwei jetzt sind. Ja, ist doch so. Aber sie hat ja auch als Baby Dinge gespritzt bekommen, ne? Ja. Stimmt. Und sie hat ja auch eine sehr gute Ausbildung im Wald von Polen. Aber ich fand es trotzdem seltsam, dass sie auf einmal so super Auto fahren konnte. Ja, und das ist ja auch so, ich glaube, es gibt auch eine Szene, wo sie auch bei Utrecht sind und sie dann irgendwie auch weiß, wie man irgendwie sich so PC den anmacht und so. Das fand ich auch komisch. Im Wald gab es keine Elektronik, nur Feuer und die Natur. Das einzige Automatische waren die Pistolen, die sie hatten. Ja, sie finden sich ein bisschen zu gut zurecht in der Welt. Ja. Aber vielleicht liegt das auch in der guten Ausbildung. Das glaube ich nicht. Aber das fand es auch ein bisschen seltsam. Kommen wir mal auf die, also wir hatten jetzt ja über Hannah so als Figur. Fand ich eigentlich ziemlich gut, war ein bisschen mysteriös gestaltet so. War aber trotzdem gut dargestellt. Ja, was ich auch gut fand, man wusste nicht genau immer, wie ihre Gefühle sind, wie ihre Gefühle zu Sophie sind, zu ihrem Vater sind und zu den anderen Menschen. Das fand ich auch gut, dass das so ein bisschen so im Zaun gehalten worden ist, dass man dann immer auch ein bisschen überrascht worden ist, wie sie dann letztendlich doch zu ihrem Vater steht und zu Marissa Wiegler. Es hat sehr schön gezeigt, wie unentschlossen sie eigentlich doch ist. Trotz, dass sie sehr gut trainiert ist und auf vieles vorbereitet wurde, dass sie trotzdem immer noch unsicher ist und sich in dieser neuen Welt noch nicht ganz zurechtfindet. Eine sehr coole Figur fand ich auch Marissa Wiegler. Auf jeden Fall. Also sie war am Anfang, dachte ich so, okay, das ist jetzt diese Standard richtig böse Frau und die will Hannah fangen und so ist jetzt die Serie aufgebaut. Aber bei ihr fand ich es richtig cool zu sehen, dass es da irgendwann im Kopf so Klick gemacht hat und sie so ganz langsam die Seiten gewechselt hat. Sie war am Anfang ja richtig, wollte Hannah und Eric fangen und dann ging es ja los, dass sie, als sie dann Hannah gefangen hat, so ganz nett zu ihr war und man hat auch gesehen, dass sie irgendwie eine Verbindung zu Hannah hat und als sie dann geflohen sind aus dem Hotel mit dem Hubschrauber, glaube ich, dann nicht auf Hannah geschossen hat. Und das war, denke ich, so der Punkt, wo sie sich total gewechselt hat. Aber auf diesen Punkt wurde auch vorbereitet, wie sie im Hotelzimmer waren. Sie hat ja Hannah auch zugedeckt. Na, ist stimmt. Und wollte ihr die Schuhe ausziehen. War doch so ein Foto von ihr gemacht, wie sie geschlafen hat. Genau. Was ein bisschen seltsam war, aber ein bisschen zeigt, dass Hannah, ich finde, dass Herr Wiegler nicht einfach irgendein Auftrag ist. Ja. Fand ich sehr schön. Und vielleicht wurde auch die so ein bisschen sensibler, dadurch, dass sie selber, also im Satz zu früher, dass sie jetzt selber einen Mann hat und auch ein Kind, also nicht ihr leibliches Kind. Sie will sich ja um diesen Jungen kümmern. Genau. Sie hat eigentlich eine Art Familie und vielleicht hat sie das auch so ein bisschen zum Umdenken, sage ich mal, zugebracht. Und der Mann von Marissa Wiegler tat mir echt leid, der war richtig gearscht. Der war die ganze Zeit zu Hause und war richtig lieb, hat gekocht so. Und sie war immer weg und immer, wenn sie zu Hause kam, war er gut drauf und fröhlich, freundlich. Der tat mir ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich fand es schade, dass dann in der letzten Folge zum Schluss nichts mehr über ihn gezeigt wurde. Ja. Das Letzte, was man von ihm sah, war, wie er Marissa anruft und sie ihn dann wegdrückt. Nein, auf dem Weg zu U-Tricks. Ach so, ja. Das fand ich ein bisschen schade. Ja. Aber vielleicht sehen wir ihn ja nochmal. Da würde ich mich freuen. Wenn er seinen zweiten Teil, also eine zweite Staffel von der Serie gibt. Wurde angekündigt für 2020. Direkt zwei Wochen, nachdem er erste gestartet ist. Und für mich so einer der coolsten Nebenrollen. Also er ist ein Sympathieträger, finde ich. Ja. Weil alle anderen Figuren haben ja irgendwie Scheiße mal gebaut in ihrer Vergangenheit. Außer Hannah jetzt vielleicht und Sophies Familie. Und er ist da ganz cool. Lass uns nochmal jetzt ganz kurz über die Flucht reden. Also was heißt die Flucht? Ja doch schon die Flucht vor ihren Verfolgern. Hannah ist ja hauptsächlich mit Sophie und mit dem Zug gereist. Stell dir jetzt mal vor, du wärst Hannah. Und müsstest von Polen nach Berlin kommen. Und dir ist, ich glaube die CIA ist die Organisation, die an auf den Fersen waren, ist ja auf den Fersen. Sag mal, wie würdest du das anstellen? Am unauffälligsten Reisen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, weil überall hängen Kameras. In Deutschland? Ja, nicht überall, aber es gibt schon einige Kameras. Und ich denke mal, die CIA hat ihre Wege, einen finden zu können dadurch, mit der Bahn zu fahren. Wenn sie pünktlich kommt. Stell dir mal vor, ich spiele mit der 66 hier in Bonn. Also man muss sagen, für die Hörer, die vielleicht nicht aus Bonn sind, die 66 ist eine Straßenbahn, die sehr gemütlich fährt. Und an jedem Hühnerstall anhält. Ja, aber nächsten 66, die ist hier in Bonn. Kult. Würdest du mit diesem Zug fahren, während du auf der Flucht bist? Mein Beileid. Mein Beileid. Boah, nö. Denkt bestimmt keiner, dass ich damit fahre, dann bin ich sicher. Nee, ich glaube, ich würde auf jeden Fall, also ich müsste irgendwie ein Auto bekommen. Das müsste man sich ja stehlen. Und da ist das Problem, wenn mir das Auto gestuhlt hat, ist die Polizei dir schon so auf den Fersen untersucht nach dem Kennzeichen überall. Das ist ein Problem. Ich glaube sogar, ich würde mir, also Hanna ist ja sportlich, ich würde mir ein Fahrrad nehmen und würde so übel durch die Käfer fahren, weißt du? In so einem Kaff, da, wo gar keine Polizei jetzt ist. Da braucht man aber auch natürlich die Orientierung dafür. Vielleicht steht man sich irgendwoher noch eine Landkarte, damit man weiß, wo man herfährt. Macht sie ja in Berlin. Stimmt. Von daher würde ich mir so einen ADAC-Ablass oder von irgendeiner anderen Marke, die Atlas herstellt, nehmen. Ich würde, glaube ich, mit dem Fahrrad durch die Dörfer fahren. Räuchte zwar ein bisschen länger, aber denke ich, also mit der Bahn... Aber es wäre sicherer. Am unsichersten wäre natürlich Fliegen. Natürlich. Da wird ja jeder gecheckt. Also es geht nicht. Bahn, man kann sich ja ein Ticket lösen. Da sind ja keine Daten drauf von dir selber. Ich denke, das wäre okay, weil du ziemlich schnell bist. Ich glaube, Bahn fahren wäre sogar sicherer als Autofahren. Weil Auto vielleicht machen irgendwann... Vielleicht bist du an einer Stelle ein wenig zu schnell und wirst geblitzt. Ja, sowas. Oder normale Polizeikontrolle einfach und du musst Führerschein zeigen. Und dann sehen die, ah, du bist hier, Hanna, komm mal bitte mit. Ein blöder Zufall. Das ist im Zug ja nicht. Die stellen mir dann ein Ticket ab und dann ist es egal, wer du bist. Genau. Aber mit Zug... Also eigentlich wäre es schon clever, mit Zug zu machen. Zu Fuß fände ich ein bisschen auffällig, weil du fällst ja auf, wenn du alleine... Das würde auch sehr, sehr lange dauern. Das würde sehr, sehr lange dauern. Von Polen nach Berlin. Wir können das gleich mal nachkommen, wie lange das dauern würde. Sagen wir mal am Ende des Podcasts, da gucke ich gleich mal nach. Also, aber mit Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad wäre gut. Dann kommen wir mal auf U-Tracks zu sprechen. Ist eine Anlage... Also ist eine... Wo liegt die? Auch in Polen? Äh, die Anlage liegt... Ich meine... Auch in Osteuropa? Ja, in Osteuropa. Ich meine in Tschechien oder im Norden von der Ukraine. Ja, auf jeden Fall wurde der, glaube ich, in der siebten Folge oder so wird das gezeigt. Und da fand ich es erstmal... Fand ich, sah die richtig nice aus von oben. Also, man kennt ja so aus manchen Filmen, wenn dann irgendwer in der NSA oder CIA Geheimeinrichtung gezeigt wird, irgendwo in der Wüste. So ein richtig stylisches Gebäude. Oder so ein Bunker, so richtig gut ausgerichtet. Ja, und dann fahren dann da so schwarze Vans vor und dann schlägen da Security Leute aus. Und das fand, finde ich, immer so ein bisschen... Ja, okay, kann doch eine neue Folge Navy CRS sein. Aber da fand ich das gut, dass der so... Der war ja im Wald, war versteckt und war... Also von außen sah er alt, das von innen war ja übel modern. Es war nicht so das klassische James-Bond-Feeling. Genau. Es war nicht so, guck mal, wir bauen eine geheime Einrichtung, übel modern. Wobei, von innen war sie ja relativ modern. Nur von außen sah sie sehr runtergekommen und alt aus. War auch, also, ja, was, denke ich mal, auch ziemlich gut für die Tarnung war. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und kann man mal auch so sprechen, was sie bei U-Tracks machen. Sie spritzen den Mädchen. Sind ja nur Mädchen. Ich meine, zu Hannas Generation, da waren es nicht nur Mädchen. Ich meine, es waren auch Jungs dabei. Aber dann hat Marissa Wigler ja den Befehl bekommen, die Kinder zu töten. Ja. Und sie dann zu verbrennen. Das war krass. Vor allem, warum? Wenn ich auch nicht in Eltern zurückgegeben kann. Das war echt ein ziemlich... Es war ein ziemlicher Schockmoment. Fand ich auch, das war so der Härteste mit der Serie. Die haben alle schlimme Sachen gemacht, aber Marissa Wigler hat echt... Das war krass. 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 Und auf einmal wurde das Programm wieder aufgenommen. Ja. Und den Babys... Aber Marissa wusste nichts davon. Ist ja wie klar. Ja. Den Babys wurde dann wieder etwas gespritzt. Und die wurden zu Kampfmaschinen gemacht. Und hatten eine ähnliche Ausbildung wie Hannah im Wald, fand ich. So, die mussten die Städte lernen. Da warst du eine Folge, wo die ganzen Staaten von Amerika lernen. Ich meine, sie sagen auch den Anfang von der Unabhängigkeitserklärung auf. Echt? Ach ja, wo die auf diesem... Das wird runtergelegt, als die auf diesem Laufband da sind. Ah ja, stimmt. Sie werden quasi zu Killermaschinen vorbereitet. Ja. Von der amerikanischen Regierung. Aber nicht in Amerika. Nein. Seltsam ist. Dass sie so ein Programm auf... Es ist ja ein sehr unmenschliches Programm, was sie da führen. Und wahrscheinlich, um dann keinen Verdacht auf sich zu ziehen, haben sie das irgendwo im Nirgendwo gemacht. Ja, okay, das macht Sinn. Und die werden wahrscheinlich für irgendwelche militärischen Einsätze oder so... Wahrscheinlich. ...dare herangezogen. Und Erik und Hannah wollen die befreien. Also Erik wahrscheinlich, um eine Wiedergutmachung irgendwo zu leisten. Weil er ja nicht verantwortlich war, dass die Babys überhaupt zu dieser Organisation kommen. Der hat ja nur... Also was heißt nur? Der hat die rekrutiert. Ja. Meinst du, der wusste damals schon, was mit den Babys passiert? Oder dachte, das wäre nur ein Anführungszeichen harmlose Forschung? Ich denke mal, er war sich bewusst, dass diese Babys auf Kampfmaschinen trainiert werden, bis dass sie erwachsen sind. Ja. Aber er war sich wahrscheinlich nicht bewusst, dass sie auch Substanzen gespritzt bekommen. Ja. Fand ich auf jeden Fall interessant. Fände ich auch irgendwann bei der nächsten Staffel ein bisschen näher gezeigt wird, was an diesen Einrichtungen passiert. Und dann befreien die ja. Und was ich dann krassen Moment war, dass da waren ja keine Ahnung wie viele Insassen, dass nur eine, sag ich mal so ein bisschen, sich bereit erklärt hat, mit den beiden zu gehen. Und die anderen, die sogar... Also einer hat ja Hannah angegriffen, weil sie ein Eindringling war. Wie... Ja. Was für eine Gehirnwäsche die da gehabt haben. Die eine, die Freundin von dieser Rebelle, nenne ich sie jetzt mal, sie war sich ja auch unsicher, ob sie handeln soll oder nicht. Also sie hat sich ja im Endeffekt gar nichts getan, aber sie war sich unsicher. Das konntest du an ihrem Gesicht sehen. Das stimmt. Und am Ende, wo die in den Hubschrauber sitzen, guckt sie auch noch so eine andere Insassin an. Dann guckt sie wieder ganz stramm nach vorne so. Da hat sie diesen Moment der Schwäche, sag ich mal Anführungszeichen. Finde ich auf jeden Fall interessant. Und da gibt es auch, da kommt auch irgendwann der Punkt, wo Marissa Wiegler den Leiter der Operation hat, diesen neuen Leiter, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Sawyer. Sawyer, genau. Sawyer erschießt und dann sagt hier, flieht. Aber dann dachte ich, oh, Marissa Wiegler ist jetzt vielleicht auf deren Seite, ruft sie ja die Chefin von Sawyer an und sagt, ja, Johannes Heller hat Sawyer... Ich sag ja immer Johannes. Eric Keller hat mich angeschossen und hat Sawyer erschossen und in dem Moment verrät... Und sagt dann, ja, sie sind wieder auf der Flucht. Also Johanna ist auf der Flucht und verrät sie dann doch wieder. Ja. Ein bisschen. Und da bin ich... Das fand ich war nochmal so ein Plottwist in der letzten Folge. Aber ich finde, dieser Plottwist lässt viel Spekulationen offen für die nächste Staffel. Auf jeden Fall, da können wir auch mal drüber reden. Die kommt, also Amazon hat die schon bestätigt, direkt nach zwei Wochen, nachdem Hannah angelaufen ist, weil das wahrscheinlich schon im Vorhinein so geplant war. Wir machen jetzt eine Serie, die... Das ist ja oft auch bei Netflix, wenn die jetzt bei Chilling Adventures of Sabrina, ist das auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, leider nicht. Die bauen dann auch, die ordern wahrscheinlich schon die ersten drei Staffeln oder so und senden die einfach nacheinander so, weil das eine Handlung ist, die aufeinander aufbaut, sowas. Wahrscheinlich auch bei Hannah und so, also auch kein genaues Datum bekannt gegeben, aber wahrscheinlich so im März nächsten Jahres geht's weiter und ich bin ziemlich gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Weil die Mission steht ja noch, diese Mädchen aus der U-Trax-Einrichtung zu befreien. Sie sind ja noch nicht befreit, sie sind ja immer noch in diesen Militärtransporten. Bis auf eine. Ja, bis auf die eine. Und Erik ist weg. Erik ist tot. Aber ja, okay, weg ist ein bisschen eine blöde Beschreibung. Erik ist ja dann im Bus leider gestorben und die letzte Szene ist ja, wo sie da auf dem Friedhof waren und dann laufen sie durch so ein Feld. Auf den Wald und einen Berg zu. Also, meinst du, das war der Berg und auch der Wald, wo sie am Anfang mit Erik gelebt hat? Nee, glaube ich nicht. Nein. Nee. Also, oder vielleicht, ja, vielleicht meinst du, dass sie wieder zurück in den Wald gehen, aber glaube ich nicht, nachdem Hannah so ein, sag ich mal, so mal die Zivilisation erfahren hat, weiß ich nicht, ob sie Lust hat, wieder zurückzugehen. So in den Wald. Und die andere ja auch nicht. Ich meine, die sitzt ja nicht irgendwie zehn Jahre lang in so einer Einrichtung, Feste, um dann in den Wald zu gehen, um sich zurückzuziehen. Ja, das wäre seltsam. Aber ich weiß nicht. Die Frage ist, an wen wendet sich Hannah? Die meisten Kollegen von Erik. Sophie, Sophie. Ich weiß nicht. Also, die meisten Kollegen von Erik sind ja tot. Ist Dieter tot? Aber außer Dieter, genau. Ja. Dieter lebt noch. Er hat ja Familie. Das stimmt. Eigentlich war auch so ein Schockmoment, wo die Kollegen einfach so erschossen wurden, so aus dem Nichts. Die eine Kollegin. Ja, als die da aus dem Erik, die ist ganz im Ausgang, so Erik, hier, mach mal nicht so viel Sport und dann wurde einfach erschossen. Und der andere auch. Ja. Ich glaube, bis auf Dieter sind alle erschossen worden. Bis auf Dieter sind alle tot. Und einer wurde ja in Berlin erschossen, war vor dem Hotel. Ja, Dieter ist noch da. Sophie ist noch da, obwohl die jetzt nichts mit Utrex oder irgendwas zu tun hat. Also, ich denke mal, Sophie wird wieder kehren. Dann, ähm, der Junge, auf dem Sophie stand und der mit Hannah da geschlafen hat im Wald. Ja. Ich weiß nicht mehr seinen Namen. Dave, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Der kommt mir auf jeden Fall vor. Und der, ähm, Freund von Sophie, der beste Freund von Sophie. Ja. Der weiß ja auch von Hannah, dass sie irgendwie aus so einer Einrichtung ist. Er hätte diesen Zettel gefunden. Aber das wurde in der Serie gar nicht aufgegriffen. Weil Sophie war da und er wollte ihr das erzählen. Ja. Und dann ist Sophie sofort wieder nach Hause gegangen, weil Hannah sich verabschieden wollte. Und er weiß ja auch davon. Und Sophie weiß auch davon. Das heißt, die wissen beide, dass was nicht mit Hannah stimmt, das Ding. Da muss dann noch etwas passieren. Die beiden müssen ja auf Hannah noch irgendwie zugehen, dass da etwas ja nicht stimmt. Da bin ich mal gespannt, wie das zusammenkommt. Ob Hannah zu denen geht oder ob die vielleicht Hannah finden. Aber Hannah zu finden wird auch schwer. Du hast recht. Hat die, außer der hat noch das Handy von dem Bruder, von Sophie. Was ich übrigens auch eine geile Szene fand, wo die irgendwo zwischen irgendwelchen Zeugen sind und so, hast du ein Handy? Ja klar. Und dann so, gib mir das. Aber das ist meins. Gib mir das. Und dann läuft er mit dem Handy weg. Ja, also ich denke mal, Sophie... Ich kann es seltsam, dass er ihr das Handy einfach so überlassen hat. Ja. Und jetzt noch nicht mal bedankt, Hannah. Unmöglich. Ganz kurz. So viel Zeit muss sein, wenn man schon ein Handy klaut, ja. Und sagen, danke, dass du dir das Handy gibst. Also Sophie auf jeden Fall dabei, Dieter, denke ich, ist auch dabei. Marissa Wiegler muss ja dabei sein. Und diese mysteriöse Stimme, die sich am Telefon meldet, die der Kopf der Organisation ist, denke ich mal, die Chefin von Sawyer. Bin ich auch mal gespannt, was da dahinter steckt. Ich auch. Also, ja, was... Wahrscheinlich wird Marissa Wiegler einen ähnlichen Posten kriegen, den sie mal hatte. Ja. Wie sie noch für Utrex gearbeitet hat, für diese Organisation. Ja. Und dadurch, dass sie sich jetzt über ihre Lügen, ihre Meisterleistung an Lügen, wieder ein, ihr altes Leben aufgebaut hat quasi. Ja. Ich denke mal, dadurch wird sie wieder einen hohen Posten bekommen, bei der CIA. Oder, das kann ich mir vorstellen, dass sie einen Jagd auf Hannah macht, aber ich kann mir auch ziemlich gut vorstellen, dass Marissa Wiegler auch gejagt wird, weil sie weiß Bescheid, weiß über Hannah Bescheid, weiß darüber Bescheid, dass Utrex weitergeführt ist. Und was damals mit Utrex passiert ist, die weiß eigentlich alles. Ja. Die Person, die am meisten weiß. Also, von denen, die in der Serie vorkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass die CIA Marissa auch jagt und töten möchte und dass die sich dann mit Hannah und der anderen Insassin zusammentut. Fände ich auch ziemlich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre ein sehr, sehr unerwarteter Plotterist. Ja. Das wäre sehr unerwartet. Also, die Leute von Amazon, die das gerade hören, hier, ich habe eine Idee für euch. Und alle fahren in diesem VW-Bulli von Sophies Vater. Und keiner von ihr hat zwar einen Führerschein, Marissa Wiegler hat einen Führerschein. Skala von 1 bis 5. 5 Sterne ist das Beste. 1 Sterne ist das, also 0 Sterne. Beziehungsweise 1 Sterne ist das Schlechteste, was du Hannah geben würdest und warum. Ich würde der ersten Staffel von Hannah 3,5 Sterne geben. Ja. Es war eine recht gute Staffel, meiner Meinung nach. Ja. Die Charaktere waren gut dargestellt, auch der Werdegang eines Charakters. Ja. Die schauspielerische Leistung war sehr gut, auch die Umsetzung der Szenen, auch wenn einige Szenen etwas in die Länge gezogen wurden, unnötig fand ich. Oder auch andere Sachen, die vielleicht etwas wichtiger gewesen wären, wie zum Beispiel mit der Szene mit dem Jungen am Anfang. Ja. Dass das so kurz nur aufgegriffen wurde. Ja. Und auch das Ende lässt viel Luft nach oben. Also, ja, weil das so, es hat nicht wirklich mit... Genau, es war kein Ende, es sucht einen Übergang. Genau, das stimmt. Das ist eine gute Formulierung. Es wurde so ein guter Übergang für eine zweite Staffel gefunden, aber jetzt keinen, wo ich sagen würde, boah, das große Staffelfinale. Nein. Das stimmt. Ein großes Finale für ein gesetztes Ende war es nicht. Ja. Ähm. Ich sehe es ähnlich. Also, ähm, besonders gut hat mir gefallen, der Werdegang von Hannah einfach, wie es in dieser neuen Welt ist. Am Anfang fand ich wohl das ein bisschen zu schnell, vorausgesetzt, du, das sind jetzt Menschen und das ist ein Computer und das ist das und das. Ähm, fand sehr gut gemacht, diese Begegnung mit Sophies Familie, wo so Sophie, der normale Teenager, auf Hannah trifft und dass sie sich ja schon irgendwie gleich sind, aber so das Leben des Anderen wollen, fand ich, war ein sehr gutes Motiv, was man vielleicht beim ersten Mal gucken gar nicht so, gar nicht so mitbekommt. Ähm, das war auf jeden Fall ein Highlight. Ich fand auch Marissa Wieglers Werdegang, fand ich sehr gut. Also, wie gesagt, diese ganzen Charakterentwicklungen, ähm, denke ich mal, waren für mich so das Highlight der Serie. Meiner Meinung nach war der Werdegang von Marissa Wiegler auch der interessanteste. Von der quasi vorausgesetzten Bösen von der Serie, der Gegenspielerin, wurde sie sympathischer, dann mal wieder unsympathisch, dann konnte man sich sehr gut in ihre Rolle hineinversetzen, dann hat man sie wieder gehasst und zum Schluss war sie dann wieder so, wie sie am Anfang auch dargestellt wurde. Ja, ich fand Hannas ein bisschen interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, war Marissa Wiegl auf jeden Fall auch interessant. Ähm, was sich ein bisschen uninteressant war, war das Verhältnis zwischen Erik und seiner Familie, das wurde auch mal kurz angeschnitten in den letzten Folgen, wo er bei seiner Mutter war. Ich fand, das hätte man ein wenig mehr erzählen können. Ich bin auch dafür, dass er ein paar Folgen später nicht mehr mitmacht, hätte man das auch nicht mehr jetzt groß erzählen müssen und mit diesem Haus da an den Linden dachte ich mir, okay, richtig interessieren tut das jetzt auch keinen mehr. Ähm, ja, sonst fand ich auch alles ziemlich gut, ähm, ich fand die, so diese Action war ganz gut, es war immer so eine Grund, also war immer spannend, fand ich. Ähm, ja, hast du eine Lieblingsszene, hast du? Oder Frequenz? Ich fand ja besonders gut, wo die, äh, da muss ich, da muss ich überlegen. Also ich fand am besten, wo die in dem Hotel waren und Hanna und Erik sich in diesen Vortrag da einfach reingesetzt haben, weil das fand ich, war clever, da rauszukommen und dann Feueralarm ausgelöst haben, dann sind eh alle raus. Das fand ich, fand ich, war die cleverste Szene. Sonst, also, ich fand's gut und ich bin auch mega gespannt, wie es weitergeht, ähm, ich hab aber die Befürchtung, dass die zweite Staffel schwächer wird als die erste, weil ich fand die erste ziemlich stark und weiß nicht, wie man die Geschichte jetzt noch so groß auserzählen will. All, naja, wir sehen, aber ich gebe dir... Vielleicht mit dem, äh, Werden der einzelnen Utrex, ich nenne sie mal Soldatinnen. Ja, dann wird die Geschichte sich ja wiederholen, so, wieder so ein Mädchen ähnlich wie Hanna kommt in die reale Welt. Oder Hanna möchte sie sozialisieren. Ah, okay. Das kann ja auch sein. Ähm, also ich würde der Serie auf jeden Fall vier Sterne geben. Ähm, ich fand's, war eine sehr gute Serie, sehr gute Amazon-Serie, find ich, nach, äh, Pastewka vielleicht. Die hab ich leider nicht gesehen. Musst du gucken, Pastewka, für mich die beste deutsche Serie aller Zeiten. Ähm, eines der besten Originals von Amazon und ich bin mega gespannt, wie es mit der zweiten Staffel weitergeht. Ähm, das heißt, es ist eigentlich eine ganz gute Serie. Guckst du, wenn die zweite rauskommt? Ja. Ich hab jeden Fall auch. Auf jeden Fall. Dann, äh, bedanken wir uns, äh, fürs Zuhören. Ich begann mich erstmal bei Nils, der heute hier im Studio war. Euch gebe ich noch weitere Tipps für, äh, Unterhaltung im Audio-Bereich. Und zwar geht mal auf die Seite der Medienwerkstatt Bonn. Da findet ihr alle Beiträge in unserer, ja, Mediathek. Da hab ich auch letztens eine Review zum neuen Kinofilm Stan und Olli gemacht. Den könnt ihr euch mal anhören. Ähm, je nachdem, wo ihr das hört, könnt ihr jetzt noch die erste Podcast-Folge hören. Da hab ich mit, ähm, Henry und, ähm, Hannah. Mit Hannah. Mit Hannah, ähm, zu The Umbrella Academy gesprochen. Auch eine gute Serie. In dem Sinne, hab noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich nochmal. Ciao. Tschö. 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 Vielen Dank.